E-Katharina Zabor aus Rumänien, sie ist die Olympiasiegerin an diesem Gerät, geht hier mit der zweitbesten Vornote in den Wettkampf. Ein guter Sprung aus dem Rondat, Flickflack und dann der Salto rückwärts gehockt mit einer ganzen Schraube. Beine etwas breit, aber sicherer Stand. 9,90 Punkte für E-Katharina Zabor, vielleicht die einzige Möglichkeit, hier in Helsinki überhaupt auf Siegertreppchen zu kommen. Sicherlich nicht als erste, denn sie ist in allen Finalwettkämpfen mit nur sehr schwachen Vornoten vertreten. Ihr zweiter Sprung, 41 Kilogramm sind für Sie jetzt angegeben als Körpergewicht in Los Angeles, 40 Kilo, aber ich glaube, das ist etwas untertreten. Der fast gleiche Sprung wie beim ersten Mal, nur in diesem Falle gebückt. Wir werden es sehen, Rondat, Flickflack auf das Pferd, ja, gestreckt, gut gelungen. 10,0, die zweite 10 für ihren zweiten Sprung, eine Gesamtnote von...